In diesem turbulenten Schmelztiegel der Geschichte taucht ein düsteres und beängstigendes Kapitel mit der Intensität eines Blitzes in der Nacht auf. Die SS. Die Schutzstaffel. Diese unheimliche und rätselhafte paramilitärische Truppe, die in den Flammen des 20. Jahrhunderts in Europa geschmiedet wurde, ist ein schattenhaftes Gespenst, das die Aufmerksamkeit aller Beobachter dieser Zeit auf sich zog und eine unauslösliche Narbe im kollektiven Gedächtnis der Menschheit hinterließ. Angeführt von Reisführer Heinrich Himmler, in tadellosen Uniformen, mit leuchtenden harten Kreuzen und in unerschüttlicher Treue zu ihrem Führer, war die SS die Vorhut des Grauens, die Verkörperung entfesselter Grausamkeit. Begleiten Sie uns auf dieser spannenden Reise durch die dunklen Seiten der Geschichte und enträtseln Sie das Geheimnis und die rätselhafte Energie, die diese umgab. Eine abscheuliche Macht, die eine Ära prägte und ein düsteres Vermächtnis auf der Bühne der Menschheit hinterließ. Die Geburt der SS. Als Adolf Hitler 1924 aus dem Landsberger Gefängnis entlassen wurde, erkannte der Führer, dass er eine persönliche Eskorte brauchte, die weitaus loyaler war als alle anderen zuvor und gleichzeitig in der Lage war, jede Opposition auf der Straße auszuschalten. So stellte er im April 1925 Hauptmann Julio Schreck ein, der die aufgelöste Stabswache geleitet hatte, um mit einer Handvoll Freiwilliger aus dem aufgelösten Freikorps und Veteranen der Stoßtruppen des Ersten Weltkriegs das Schutzkommando aufzubauen. Diese Organisation, die von einigen Dutzend auf etwas mehr als 100 Mann anwuchs, wurde in Sturmstaffel umbenannt und schließlich auf Empfehlung des Fliegers Hermann Göring in Schutzstaffel umbenannt, nach einer Fliegerstaffel des Ersten Weltkriegs, obwohl ihr berühmtester Name SS sein sollte. Gemäß den SS-Richtlinien wurden die Kandidaten für die Organisation zunächst durch Rundschreiben an die verschiedenen regionalen NSDAP-Gruppen ausgewählt, um Freiwillige mit folgendem Profil auszuwählen. Sie müssen zwischen 25 und 35 Jahre alt sein, bei der Polizei als Einwohner registriert sein, zwei Paten für die Mitgliedschaft haben, in guter körperlicher Verfassung sein, kräftig, gesund, frei von Krankheiten etc. und ein hohes Maß an Disziplin aufweisen. Nach ihrer Aufnahme wurden die Militionäre in elfköpfige Züge mit einem Anführer und zehn Kämpfern, die sogenannten Zehnerstaffeln, eingeteilt. Sie trugen eine schwarze Uniform mit roter Hakenkreuzbinde und eine Mütze mit dem Totenkopfabzeichen, das die Stoßtruppen im Ersten Weltkrieg getragen hatten. Bis April 1926 erweiterte die SS ihre Reihen auf 1000 Kämpfer und insgesamt 75 Schutzstaffeln in ganz Deutschland. Die Koordinierung dieser Truppe oblag dem Kommando der SS-Oberleitung, das zunächst Julius Schreck inne hatte, bevor er abtrat, um Hitlers Leibwächter und persönlicher Fahrer zu werden und durch Josef Berchtold ersetzt wurde, der den Titel eines Reichsführers einführte, einen Titel, den er bis März 1927 behielt, nachdem er von Erhard Haydn entlassen worden war und den er bis zum 6. Januar 1929 inne hatte, als Heinrich Himmler das Kommando endgültig übernahm. Mit Heinrich Himmler als Reichsführer an der Spitze der SS wurde die Organisation völlig umstrukturiert und um tausende von Soldaten erweitert. Zu seinen ersten Schritten gehörte ein Gespräch mit Adolf Hitler selbst, den er davon überzeugte, die SS zum wichtigsten bewaffneten Flügel der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei zu machen. Zum Nachteil der SA von General Ernst Röhm, die zu einem Problem für die öffentliche Ordnung geworden war und deren Loyalität in Zweifel stand. So begann die Aufnahme von 18-Jährigen, das ursprüngliche Alter lag bei 25 Jahren, unter der Bedingung, dass sie für ihre Uniform und Ausrüstung selbst aufkommen. Und es wurde eine Art rituelle Kultur eingeführt, um die pangermanische Tradition zu bewahren und die Rassenreinheit durch Prüfungen, Naturlager und Sportveranstaltungen zu erhalten. Diese Initiativen und die Tatsache, dass der SS die Ehre zuteilt wurde, die Blutfahne zu bewachen, die Fahne, die während des Müncherputsches mit Blut besudelt worden war und das Haupteinbeleben der NSDAP darstellte, sowie eine intensive Propagandakampagne in Form von Flugblättern und Artikeln im Völkischen Beobachter, führten 1930 zu einem beträchtlichen Wachstum der Organisation. Als am 1. April 1931 einige SA-Führer versuchten, die Kontrolle über die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei auszuüben, indem sie die Zentralen in Brandenburg, Hessen, Pommern, Mecklenburg und Schlesien übernahmen, stießen sie unerwartet auf großen Widerstand bei den Aktivisten und insbesondere bei der SS. Da die SS-Wachmannschaften in der Hauptstadt Berlin Adolf Hitler die Treue hielten, trauten sich die verbliebenen SA-Männer nicht, den Sprung in andere Regionen Deutschlands zu wagen und der von General Ernst Röhm organisierte Putsch scheiterte landesweit. Diese Ereignisse, die die Macht innerhalb der NSDAP um den Führer konzentrierten, führten auch zu einer latenten psychologischen Kluft zwischen der SS und der SA, die sich später in einem Krieg zwischen den beiden Organisationen niederschlagen sollte. Gemäß der Parole von 32 Jahren übernahm die SS den folgenden Satz Die Kampfzeit war die beste Zeit. Übersetzt ins Englische heißt das, die besten Tage des Kampfes. Dies bezog sich auf die Tatsache, dass die SS in jenem Jahr bei den Kämpfern in den Städten die schwersten Verluste erlitt, weil die Rotfront 13 Mitglieder tötete und mehr als hunderte verwundete. Doch trotz der Schwierigkeiten trug die Arbeit der SS im Januar 1933 Früchte. Denn während des Wahlkampfes wurde die NSDAP dank der effizienten Sicherheitsmaßnahmen der SS kaum gestört. Und schließlich gewann Adolf Hitler die Wahlen und wurde Kanzler des Dritten Reiches. Als 1933 der Reichstagsbrand ausbrach, erließ Reichskanzler Adolf Hitler als Führer am 29. Februar einen Erlass, der sowohl der SA als auch der SS polizeiliche Befugnisse einräumte, die auch mit Waffen der Reichswehr ausgestattet wurden. Von diesem Zeitpunkt an begannen die SS-Trupps, die unter Reichsführer Heinrich Himmler zu einer neuen Hilfspolizei geworden waren, mit systematischer Verhaftung rechter und linker Oppositioneller, verprügelten jeden, der sich widersetzte, und ermordeten sogar heimlich die als besonders gefährlich angesehenen Elemente, ganz zu schweigen von Angriffen auf die jüdische Gemeinde und den Boykott ihrer Geschäfte. Sobald die Gefängnisse und Zuchthäuser überfüllt waren, eröffnete die SS das Konzentrationslager Dachau bei München, um tausende von politischen Gefangenen unterzubringen, gefolgt von Sachsenhausen bei Berlin und Buchenwald bei Weimar, die beide von den Totenkopfverbänden geleitet wurden. Als SS und SA die ehemalige Weimarer Republik demontierten, wurde die Kluft zwischen den beiden aufgrund ihrer unüberbrückbaren Differenzen größer denn je. Die SA des Generals Ernst Röhm vertrat die These einer zweiten nationalsozialistischen Revolution, die in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht viel radikaler sein sollte als die erste. Und die SS von Heinrich Himmler zog es vor, den vom Führer befohlenen Status quo beizubehalten, um den revolutionären Prozess langsamer durchzuführen und so eine Reaktion der konservativen Offiziere des deutschen Heeres zu vermeiden, die den Nationalsozialismus als eine Art verkappten Kommunismus betrachteten. Gerade in diesen angespannten Monaten der Rivalität bezeichneten die SS-Angehörigen ihre SA-Partner als Fleischschnitte, weil sie ihrer Meinung nach außen braun und innen rot waren. Diese offensichtliche Konfrontation und auch die Bedrohung durch seine zwei Millionen paramilitärischen Kräfte, die 20 Mal so groß waren wie die deutsche Armee, zwangen Hitler zu der Entscheidung, ihre Reihen zu säubern und ihre ungeteilte Loyalität zu gewinnen. Unerwartet führte die SS zwischen dem 28. und 30. Juni 1934 eine Reihe von Überraschungsangriffen auf SA-Führer und verratsverdächtige Rivalen innerhalb der NSDAP und des Kanzleramtes durch, die als Nacht der langen Messer bekannt wurden. Die meisten der Verhaftungen oder Ermordungen, die nachts und überraschend erfolgten, führten zur Säuberung der gesamten SA-Führung, darunter General Ernst Röhm, der in einer Zelle erschossen wurde und die Hauptleute Karl Ernst und Edmund Heines wie hingerichtet wurden. Die SS nutzte auch die Gelegenheit, zwei militärische Dissidenten, die Generäle Kurt von Schleicher und Ferdinand von Bredorf, den ehemaligen NS-Führer Gregor Strasser, Erich Klausener, den Vorsitzenden der katholischen Aktion und den bayerischen Gouverneur Gustav von K. zu ermorden, dessen Kopf eingeschlagen wurde. Nach der Nacht der langen Messer mit mehr als 300 Hinrichtungen und der totalen Kontrolle über die SA und deren Unterstellung unter den absolut führertreuen Vico Lutze wurde die SS zur mächtigsten Organisation in Deutschland. Offiziell wurde die SS am 20. Juli 1934 von Adolf Hitler in allgemeine SS umbenannt. Die damals 200.000 Mann starke SS hatte nicht nur den Status der neuen politischen Polizei des Dritten Reichs, sondern sollte auch während des Zweiten Weltkriegs die Kontrolle über Europa ausüben. Die Zugehörigkeit der SS war in der Zeit des Dritten Reiches von 1933 bis zu dessen Ende 1945 keine leichte Aufgabe. Sowohl das Auswahlverfahren als auch die anschließende Ausbildung verlangten von den Kandidaten eine Reihe von intellektuellen Fähigkeiten und eine rigorose körperliche Vorbereitung auf die Mitgliedschaft in einer Organisation, die den Status eines Elitekorps hatte. Ursprünglich waren die ehemaligen Freikorps, der Schwerpunkt der Freiwilligen in der entstehenden SS, der Weimarer Republik, sowie einige Veteranen des Ersten Weltkriegs und Mitglieder der SA. Diese Art von germanischer Elite, die aus der Generation vor der Entstehung des Dritten Reiches bestand, änderte sich mit der Machtübernahme Adolf Hitlers im Jahr 1933. Denn von da an bezog die SS ihre Mitglieder aus der Gendarmerie und der Hitlerjugend, bis sie sich 1934 nach der Säuberung der SA in der Nacht der Langen Messer fast ausschließlich auf junge Deutsche im Allgemeinen konzentrierte. Aufgrund der strengen Anforderungen der Organisation wurden etwa 10 von 100 Bewerbern für die SS ausgewählt. Denn sobald der Antragsteller bei den Ämtern vorstellig wurde, musste er ein sauberes polizeiliches Führungszeugnis vorweisen, ein politisch korrektes Verhalten seiner Eltern nachweisen, frei von Erbkrankheiten sein und einen rein arischen Stammbaum bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts haben. Nachdem diese vier Voraussetzungen erfüllt waren, unterzog die aus Medizinern und Eugenikern bestehende Rassenkommission den Kandidaten folgenden medizinischen Tests. Die Form des Kopfes, die Farbe der Augen, eine Körpergröße von mehr als 175 cm und eine sehr gute körperliche Konstitution wurden bewertet. Die letzte Prüfung schließlich bestand aus einer Disziplinarprüfung, bei der den Kandidaten eine Reihe von Fragen bestellt wurden, die er ruhig, nicht zu unterwürfig, aber auch nicht zu anmaßend beantworten musste. Nach Abschluss all dieser Untersuchungen wurde die körperliche Erscheinung, die Rassenreinheit und die politische Ideologie beurteilt, um schließlich zu entscheiden, ob man der SS beitreten sollte oder nicht. Bekam er nur die schwarze Uniform ohne Abzeichen, weil er noch nicht in die Organisation aufgenommen war. In der Zwischenzeit wurde der Auszubildende einer gründlichen körperlichen und ideologischen Ausbildung unterzogen, bis er im September zum SS-Kadetten ernannt wurde, das Abzeichen auf seiner Uniform erhielt und auch eine Mitgliedskarte ausgestellt wurde. Nur zwei Monate später, am 9. November, dem Jahrestag des Münchner Putsches, wurden die Kadetten zu Soldaten und leisteten den treue Eid auf Adolf Hitler, der sie zu vollwertigen Mitgliedern des Schwarzen Ordens machte. Bei der Beförderung ehemaliger SS-Anwärter in den Soldatenstand gingen die Mitglieder tagsüber einer zivilen Berufs- und Ausbildungstätigkeit nach, während sie abends oder an den Wochenenden an den von der allgemeinen SS organisierten Versammlungen und Sitzungen teilnahmen. Ihre Aufgaben bestanden im Wesentlichen in einem Vollzeitdienst, im Reichsarbeitsdienst, RAD, zur Teilnahme an öffentlichen Arbeitsprogrammen. Nach Abschluss dieser Arbeiten wurden die SS-Soldaten für zwei Jahre zur Wehrmacht eingezogen. Parallel zum Reichsarbeitsdienst und vor dem Eintritt in die Wehrmacht wurden die SS-Angehörigen militärisch im Umgang mit Waffen aller Art und in der Bewältigung schwierigster Kriegssituation ausgebildet. Nach ihrer Zeit in der deutschen Armee kehrten die SS-Soldaten nämlich ins zivile Leben zurück, wo sie eine abschließende Ausbildung erhielten, die aus einer ideologischen Indoktrination über das Gesetz und die im Schwarzen Orden geltenden Begriffe sowie über den Ehrenkodex, die Disziplin und die Ehe bestand. Nach diesem langen, jahrelangen Prozess wurde den Mitgliedern der SS-Dolch überreicht und der Titel eines Veteranen des Schwarzen Ordens verliehen. Alle SS-Angehörigen wurden nach ihrer arischen Rasse und ihrem biologischen Hintergrund ausgewählt, kategorisiert und klassifiziert. Nach diesem Muster wurde eine Reihe von physischen Studien und Analysen der Vorfahren jedes Bewerbers durchgeführt, die insgesamt acht Zweige des arischen Volkes auflösseten, nordisch, alpin, mediterran, dinarisch, baltisch, armenisch, iranisch-afghanisch und indisch, ohne die Kreuzungen. Ursprünglich wurde die SS als Elite der angeblich überlegenen arischen Germanen gegründet, zu der nur nordische und alpine Völker gehörten. Aber schon bald nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurden auch andere Kategorien wie baltische, dinarische, mediterrane usw. akzeptiert. Der Schwarze Orden, wie die allgemeine SS genannt wurde, war in Wirklichkeit ein Staat im Staat, den Reichsführer Heinrich Himmler in absoluter Unabhängigkeit leitete. Obwohl die finanziellen Kosten von der NSDAP selbst und dem Reichsfinanzministerium getragen wurden, errichtete die SS ein Konglomerat von Ämtern und Abteilungen, die Hauptämter genannt wurden und die völlig unabhängig von der Reichskanzlei so autonom arbeiteten, als wären sie die Institutionen eines völlig anderen Landes. Die Zugehörigkeit zur allgemeinen SS bedeutete ein sehr aktives Leben als Polizist, als Soldat und auch die Teilnahme an einer Reihe von zivilen Aktivitäten, die sich hauptsächlich auf Freizeit und Kultur konzentrierten. In diesem Bereich spielten Sport, Religion und Sozialfürsorge eine wichtige Rolle für die Mitgliedschaft in der SS und die Zugehörigkeit zu ihr. Der Sport war einer der wichtigsten Aktivitäten der SS, da die körperliche Ertüchtigung in allen Tagesprogrammen enthalten war. Infolge dieses Körperkults, den sich die Organisation vom faschistischen Italien abgeschaut hatte, wurden im ganzen Land zahlreiche Sportvereine für Leichtathletik, Skifahren, Motorsport, Fechten, Boxen, Fußball, Bergsteigen und vieles mehr eröffnet. Gleichzeitig wurde der Nationalsozialistische Leibesübungsbund gegründet, der die besten Sportler mit der nationalen Verdienstmedaille auszeichnete und den Geist der Selbstvervollkommnung unter den jungen Menschen förderte. Offiziell gab es in allen SS-Sportvereinen einen Landesverband, der für die Analyse der körperlichen Eignung jedes Sportlers, die Vermittlung von Beatmungstechniken und die Förderung von Lebensrettungskursen zuständig war, damit die Mitglieder die entsprechenden Zertifikate erwerben konnten. Als der sportliche Bereich innerhalb der Organisation wuchs, wurde eine einheitliche Kleidung eingeführt, die aus einem weißen oder grünen Tanktop mit der SS-Runen auf der Brust bestand. Als die allgemeine SS 1933 ihren Anteil an der Macht im Dritten Reich übernahm, waren die meisten ihrer Mitglieder entweder katholisch oder protestantisch. Oder sie erklärten sich einfach als Agnostiker oder gleichgültig gegenüber göttlichen Fragen. Das änderte sich 1934. Als Reichsführer Heinrich Himmler, der ein ausgeprägter Antichrist war und die Kirche hasste, den katholischen oder protestantischen Glauben innerhalb der Organisation verbot, die neuheitliche Religion auf der Grundlage alter germanischer und indoeuropäischer Kulturen einführte. Der Schwarze Orden erkannte Gottheiten der Wikinger und der nordischen Völker Nordeuropas und Skandinaviens an, wie zum Beispiel Odin und Thor, und erzwang die Ersetzung des Wortes Gott durch Gottgläubige in der Sprache. Alle Mitglieder wurden gezwungen, ihrem christlichen Glauben abzuschwören und sich dem Neuheidentum anzuschließen, während die neu aufgenommenen Generationen bereits in der neuen Religion indoktriniert wurden. Zahlreiche Riten wurden von der SS aus dem nordischen Heidentum übernommen, insbesondere für die Hochzeiten oder Taufen ihrer Mitglieder, wobei die auffälligsten Zeremonien zweifellos die Sonnenwänden waren. Der Grundpfeiler der SS und des nationalsozialistischen Staates im Allgemeinen war die Institution der Familie. Als Schlüssel zur Aufrechterhaltung der Kontinuität des deutschen Volkes und des Fortbestandes der arischen Rasse im Dritten Reich, investierte die allgemeine SS viel Zeit und Hingabe in die Verteidigung der Konzepte von Ehe, Kindern und Heim. Der von Reichsführer Heinrich Himmler am 1. Dezember 1931 erlassene SS-Verlobungs- und Heiratserlass verlangte von männlichen Heiratskandidaten die Erfüllung einer Reihe von Anforderungen und von der Ehefrau das Bestehen bestimmter Normen und Prüfungen, um heiraten zu können. SS-Hochzeiten wurden nach dem Pseudo-Heidnischen Germanischen Riten gefeiert, die für die verschiedenen keltischen Kulturen Nordeuropas charakteristisch waren. Die Zeremonie fand in der Regel im freien oder in mit Runen und Tannenzweigen geschmückten SS-Gebäude statt, wobei der männliche Kommandant den Vorsitz führte. Die Eheleute trafen sich vor einem Altar in Form einer Urne, auf der eine Flamme brannte, schworen einen treue Eid, tauschten ihre Ringe aus und erhielten Brot und Salz geschenkt. Ersteres als Zeichen der Fruchtbarkeit, letzteres als Zeichen der Reinheit der Erde. Offiziell hatten alle SS-Ehepaare den vaterländischen und rassischen Auftrag, mindestens vier Kinder in die Welt zu setzen. Aber wenn dies nicht möglich war, mussten sie rassisch geeignete Waisenkinder adoptieren, um sie in den Lehren des Nationalsozialismus zu erziehen. Interessanterweise schenkte Reichsführer Heinrich Himmler bei der Geburt des ersten Kindes eines Paares den Eltern ein blaues Seidenband und ein Letzchen als Symbol für Geburt, Ehe, Leben und Tod, sowie einen silbernen Becher und Löffel als Symbol für die ewige Nahrung. Die SS-Uniformen, diese Zeichen der Autorität und des Geheimnisses, die zu Ikonen einer turbulenten Ära wurden, verdienen eine weitere Untersuchung. Diese Uniformen, bei denen die Ästhetik unterstreben nach Perfektion an Besessenheit grenzen, wurden zu unverwechselbaren Emblemen einer Organisation, die die Geschichte unauslöschlich geprägt hat. Die schwarze SS-Tunika, die mit fast chirurgischer Präzision geschnitten war, besaß eine erschreckende Eleganz. Seine Länge reichte bis zu den polierten schwarzen Lederstiefeln und verlieh den Trägern eine Ausstrahlung von Autorität, die Respekt gebohnt. Das sorgfältig paspilierte silberne Revers verlieh dem Kleidungsstück eine besondere Not und betonte die Strenge und Disziplin, die diese Elite-Träger auszeichneten. Das Hakenkreuz, das Emblem des Dritten Reiches, prangte auf der blutroten Armbinde. Ein unheilvolles Symbol, das sein absolutes Engagement für die Sache verkündete. Dieser Fleck, obwohl klein, strahlte eine beunruhigende Energie aus, die seine unerschüttliche Loyalität gegenüber dem nationalsozialistischen Regime signalisierte. Das markanteste Element dieser Uniformen ist jedoch zweifelsohne der SS-Totenkopf. Dieser glänzende Totenkopf, der am Kragen der Tunika befestigt war, symbolisierte die Hingabe der Organisation an den Tod und ihre unerbittliche Grausamkeit. Mit seinen komplizierten Details und seinem makaberen Design verkörperte der SS-Totenkopf die Essenz eines grimmigen und rücksichtslosen Geistes. Das komplette Outfit mit den perfekt polierten Lederstiefeln und der steifen Schirmmütze verlieh den SS-Mitgliedern ein unheimliches Aussehen, das sofort Respekt und Ehrfurcht einflößte. Es war eine Uniform, die über das rein Funktionale hinausging und zu einem Instrument der visuellen Propaganda wurde, das das Bild von Macht, Disziplin und unerschüttlicher Loyalität vermittelte. Der Zugang zu Uniformen und Ausrüstung war unterschiedlich, je nachdem, ob der SS-Soldat haupt- oder nebenberuflich tätig war. Teilzeitbeschäftigte mussten die Uniform selbst bezahlen, während sie für Vollzeitbeschäftigte völlig kostenlos war und nicht bezahlt werden musste. Um die Uniformen zu beschaffen, eröffneten die Parteibehörden eine Reihe von exklusiven Schneidereien, in denen die Mitglieder sie kaufen konnten. In Städten, in denen es keine Verkaufsstellen gab, mussten sie sie auf Anfrage bestellen. Interessanterweise kam der Staat für den Fall, dass ein Uniformteil im Dienst verloren ging, für die Kosten des Ersatzes auf, ohne dass sich der Besitzer darum kümmern musste. Die Waffen-SS Unter dieser Bezeichnung wurden alle Einheiten zusammengefasst, die der SS unterstellt waren, aber nicht der allgemeinen SS angehörten. Zu Beginn ihres Bestehens waren die Leibstandarte Adolf Hitler, die SS-Verfügungstruppe und die SS-Totenkopfverbände, die bekanntesten von ihnen. Offiziell erfolgte die erste Feuertaufe der Waffen-SS durch die Leibstandarte SS Adolf Hitler in der Nacht der Langen Messe, als 40 Angehörige der Einheit unter der Leitung von SS-Obergruppenführer Sepp Dietrich zur Verhaftung und Säuberung zahlreicher Mitglieder der SA-Miliz beitrugen, die erfolglos versucht hatten, sich gegen Hitler zu wenden. Vier Jahre später, im März 1938, nahm dieselbe Leibstandarte SS Adolf Hitler umgewandelt in eine motorisierte Truppe an der Annexion Österreichs Teil und legte dabei in nur 48 Stunden 1000 Kilometer zurück, während sie im folgenden Jahr 1939 an der friedlichen Besetzung des Sudetenlandes und der Tschechoslowakei teilnahm. Für den Eintritt in die Waffen-SS gab es mehrere Voraussetzungen. Zunächst einmal mussten die Kandidaten eine tadellose körperliche Verfassung haben, mindestens 1,80 Meter groß und zwischen 16 und 22 Jahre alt sein, einen ausschließlich arischen Stammbaum haben und rassisch rein sein, das heißt reines Blut haben. Nach Bestehen dieser Prüfungen mussten die ausgewählten jungen Männer eine Verpflichtung unterzeichnen, die je nach Dienstgrad variierte. Soldaten für vier Jahre, Unteroffiziere für zwölf Jahre und Offiziere für 25 Jahre. Die Bedingungen innerhalb der Waffen-SS waren in der Regel sowohl physisch als auch psychisch sehr hart und die Kadetten mussten sich dem Rechtssystem und dem Disziplinarrecht der SS unterwerfen. Normalerweise gab es viel extremere Ausdauerprüfungen als üblich, wie zum Beispiel den persönlichen Kampf oder Märsche, die durch eine breite Palette von Sportarten und stundenlanges Schießen auf den Schießständen ergänzt wurden. Die Manöver wurden mit echten Feuer durchgeführt und es wurden sogar echte Granaten verwendet, um Artilleriebeschuss zu simulieren. Außerhalb des militärischen Bereichs erhielten die freiwilligen ideologischen Indoktrinationsunterricht und andere Fächer wie Strategie und nationale Geschichte, die sie mit ihrer Ausbildung kombinierten. So gingen die zukünftigen Mitglieder der Waffen-SS als wahre Übermenschen und hocheffektive Sportler aus ihrer Ausbildung hervor. Was die Waffen-SS auszeichnete, war ihr unerschütterliches Engagement für die nationalsozialistische Sache und ihre Entschlossenheit im Kampf. Freiwillige verschiedener europäischer Nationalitäten traten in ihre Reihen ein und teilten eine fanatische Loyalität gegenüber dem deutschen Regime. Diese Hingabe in Verbindung mit einer Eliteausbildung machte die Waffen-SS bei ihren Gegnern gefürchtet. Diese Einheiten waren an einigen der wichtigsten Momente des Krieges beteiligt. Von der Ostfront, wo sie sich mit den sowjetischen Streitkräften in erbitterten Schlachten wie der Schlacht von Kursk auseinandersetzten, bis zur Westfront, wo sie eine führende Rolle in der Ardenenoffensive spielten. Die strenge Auswahl der Freiwilligen brachte der Waffen-SS hochmotivierte und engagierte Soldaten, die bereit waren, bis zum letzten Mann zu kämpfen. Ihr taktisches Geschick und ihre Fähigkeit, sich an die wechselnden Umstände auf dem Schlachtfeld anzupassen, brachten ihnen einen legendären Ruf ein. Die Waffen-SS hatte während des Zweiten Weltkriegs bevorzugten Zugang zu den besten Waffen und Ausrüstungen, die der deutschen Armee zur Verfügung standen. Als Elite-Truppe wurden sie mit modernsten Waffen und hochwertiger Militärtechnik ausgestattet. Diese Vorliebe führte zu einem ständigen Nachschub an modernen Schusswaffen wie Sturmgewehren, Maschinengewehren und schweren Waffen. Außerdem hatten sie Zugang zu modernsten Kommunikationsmitteln, die es ihnen ermöglichten, ihre Taktiken auf dem Schlachtfeld besser zu koordinieren. Die Qualität ihrer Ausrüstung spiegelte sich auch in ihrer Kleidung und ihren Uniformen wider. Die Waffen-SS trug markante und gut verarbeitete Uniformen, die sich nicht nur als Teil einer Elite-Truppe auswiesen, sondern ihnen auch einen gewissen Schutz auf dem Schlachtfeld boten. Zu den bekanntesten Generälen in den Streitkräften der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien zählen die folgenden. Paul Hauser. Hauser befehligte die berühmte Division das Reich, die an zahlreichen Schlachten teilnahm, darunter die Schlacht bei Kursk und die Schlacht in der Normandie. Später wurde er einer der prominentesten Führer der Waffen-SS und stieg bis zum Oberstgruppenführer und Generaloberst der Waffen-SS auf. Felix Steiner. Steiner leitete die Division Viking, die sich aus ausländischen Freiwilligen, hauptsächlich aus Skandinavien, zusammensetzte. Diese Division zeichnete sich an der Ostfront aus. Steiner spielte auch eine wichtige Rolle in der Schlacht um Berlin und stieg bis zum Rang eines Obergruppenführers und Generals der Waffen-SS auf. Sepp Dietrich. Dietrich befehligte die Leibstandarte Adolf-Hitler-Division, einer der ältesten und prestigeträchtigsten Divisionen der Waffen-SS. Sie nahm am Einmarsch in Polen und an vielen anderen Schlachten während des Krieges teil. Dietrich stieg in den Rang eines Obergruppenführers und Generaloberst der Waffen-SS auf. Kurt aus fanatischen jungen Freiwilligen bestand. Die Division zeichnete sich in der Schlacht in der Normandie und anderen Kämpfen an der Westfront aus. Meyer erlangte den Rang eines Obergruppenführers und Generals der Waffen-SS. Joachim Peiper. Peiper war ein führender Kommandeur der Leibstandarte Adolf-Hitler-Division und führte später die Kampfgruppe Peiper während der Ardenen-Offensive. Peiper wurde zu einem Symbol für die Grausamkeit der Waffen-SS im Kampf. Insgesamt schätzt man, dass die Waffen-SS während ihres Bestehens zwischen 900.000 und 950.000 Freiwillige zählte. Was die Anzahl der Divisionen der Waffen-SS betrifft, so wurden im Laufe des Krieges insgesamt 38 Divisionen gebildet. Dieses Interview von 1981 ist mit dem SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS, Karl Wolf. Soweit ich weiß, geben Sie keine Interviews. Deshalb möchte ich Ihnen für das Gespräch danken. Ich wollte Ihnen nur ein paar Fragen über den Krieg und Ihre Erfahrungen stellen. Sie haben Recht. Wir leben jetzt in einer Zeit, in der ich nur noch mit Kameraden über die Zeit des Krieges spreche. Meine Worte werden verdreht. Feindliche Historiker kommen als Wölfe im Schafspelz, sodass ich gelernt habe, sehr vorsichtig zu sein, mit wem ich spreche, damit ich nicht wegen Verbrechen angeklagt werde. Sie haben den ganzen Krieg mitgemacht. Wie haben Sie ihn erlebt? In der ersten Hälfte des Krieges war ich Generalstabsoffizier. Ich war mit dem reibungslosen Funktionieren der allgemeinen SS betraut und arbeitete für Reichsführer SS Himmler als persönlicher Verbindungsmann zum Führer. Ich traf viele der wichtigen Führer des Reiches und arbeitete mit ihnen zusammen, um den Sieg zu sichern. Deutschland wird beschuldigt, den Krieg begonnen zu haben, indem es in Polen einmarschierte, das keine Bedrohung für Deutschland darstellte. Können Sie das kommentieren? Man muss immer die Frage nach dem Warum stellen. Warum haben wir Polen angegriffen? Warum wurden Menschen getötet? Warum gab es Lager? Und warum sind wir auf einen solchen Widerstand gestoßen? Wir haben Polen angegriffen, weil Polen uns in die Position drängte, dass wir unsere Leute schützen mussten, die nach Versailles in Polen verblieben waren und verfolgt wurden. Und Polen hat sich geweigert, etwas zu unternehmen. Es war ein willensschwacher Staat, der von England unter Druck gesetzt wurde, uns zu bekämpfen. Alles, was wir wollten, war eine Landbrücke nach Ostpreußen und die Freiheit für unsere in Polen lebenden Menschen. Der Führer sagte, er betrachte Polen als einen befreundeten Staat, bis England sich einmischte, und Polen sagte, es solle nichts mit Deutschland aushandeln, da man uns nicht trauen könne. Diejenigen in unserer Regierung, die Beziehungen zu Polen hatten, versuchten alles, um die Führer dazu zu bringen, uns zuzuhören und uns Zugeständnisse zu machen, da wir Polen Zugeständnisse anboten. Diese Bitten wurden mit Verachtung und Angeberei beantwortet. Angriffe von Verbrecherbanden auf unsere Grenze wurden von Polen nicht untersucht, sondern einfach abgetan. Das ging so weit, dass man behauptete, wir würden uns das ausdenken. Wir hätten es zulassen können, dass das so weitergeht und warteten auf Polen, bis sie zur Vernunft kamen, aber die Notlage der Deutschen in Polen konnte nicht warten, als Horrorgeschichten von Flüchtlingen, die den Schutz des Reiches suchten, aufkamen. Es war kaum ein Verbrechen, Polen anzugreifen. Jede Nation, die mit demselben Szenario konfrontiert gewesen wäre, hätte so gehandelt wie wir. Natürlich haben die Alliierten dies als Vorwand für ihren Krieg benutzt, aber es waren andere Kräfte, die sie antrieben und Polen war der Vorwand, den sie brauchten. Ich möchte hinzufügen, dass wir Polen nach der Kapitulation sehr gut behandelt haben. Wir haben den Ready und das Rote Kreuz geschickt, um ihnen beim Wiederaufbau zu helfen. Etwas, das heute nicht anerkannt wird. Wir wollten uns nur verteidigen, nicht erobern. Die Tatsache, dass sich Millionen von Polen freiwillig zum Dienst in den Streitkräften, einschließlich der SS, meldeten, nach Deutschland kamen, um für guten Lohn zu arbeiten und in jeder Hinsicht mit uns zusammenarbeiteten, zeigt, dass wir nicht darauf aus waren, das polnische Volk zu vernichten. Die Aufstände waren eher darauf zurückzuführen, dass alliierte Agenten die Polen mit falschen Versprechungen ermutigten, als auf polnische Ressentiments gegen uns. Ich möchte auch sagen, dass England uns den Krieg erklärt hat, nur weil wir in ein Land einmarschiert sind, das es beschützt hat, aber als Russland einmarschiert ist, hat es geschwiegen und nichts getan. Es bestätigt mir, der Führer hatte Recht, da England und Frankreich einen Krieg mit Deutschland anstrebten, und zwar nur mit Deutschland, trotz der zahlreichen Verträge, die sie angeblich einhalten wollten. Wenn die Menschen nur in der Lage gewesen wären, zuzuhören und selbst zu beurteilen, wer der Aggressor war, ohne die ganze Propaganda, die die Alliierten gegen uns betrieben, dann hätte es nie einen Krieg gegeben. Waren der Lebensborn und das Ahnenerbe unheimlich? Mir wurde in der Schule beigebracht, dass der Lebensborn ein Gestüt für Offiziere war, und Ahnenerbe war das Studium der dunklen Magie, um das Böse auf die Erde zu bringen. Ha! Die Sieger und ihre jüdischen Regisseure hatten die letzten 35 Jahre Zeit, gute, notwendige Organisationen in etwas zu verwandeln, das böse und unheimlich aussieht. Wo soll man da anfangen? Ich habe dem Lebensborn Geld gespendet, wie alle SS-Offiziere dazu angehalten wurden. Um ein wenig zu verstehen, warum er gegründet wurde, muss man unsere Geschichte verstehen. Im Ersten Krieg wurde fast eine ganze Generation ausgelöscht. Viele junge Deutsche hatten nur ein Elternteil, manche hatten gar keine. Nach dem Krieg starben eine Million Menschen, vor allem wegen der britischen Blockade und den darauf folgenden Krankheiten. Die Weimarer Zeit war ein einziger Schmutz, die Moral war vergessen und viele Kinder wurden unehelich und mit Krankheiten geboren. 1933 änderten sich die Dinge, eine neue Moral wurde geschaffen, eine Moral biblischen Ausmaßes, in der unser Volk eine völlige Veränderung akzeptierte. Da immer mehr Männer zur Fahne gerufen wurden, blieben ihre Frauen und Freundinnen allein. Die Lebensbornheime wurden ins Leben gerufen, um diesen Frauen einen Ort zu bieten, an dem sie kostenlos wohnen konnten, wenn sie schwanger waren. Ob verheiratet oder unverheiratet, wir haben uns geschworen, eine Frau nicht mehr wie früher zu bestrafen oder zu beschämen, wenn sie sich für ein Kind entscheidet. Die meisten der Frauen waren verheiratet und hatten zu Hause keine Unterstützung, da ihre Ehemänner verreist waren. Unsere Frauen wurden nie abgewiesen. Die Unverheirateten wurden willkommen geheißen, das Lebensbornpersonal beriet die Mutter und das SS-Rasse- und Siedlungshauptamt den Vater, um sicherzustellen, dass das Kind in eine gute, unterstützende Familie geboren wurde. Wenn es sich um ein ungewolltes Kind handelte, wurde es bei einem deutschen Paar untergebracht, das keine Kinder bekommen konnte. Das kam selten vor, aber der Lebensborn war immer auf das Wohl aller Beteiligten bedacht. Ich habe die Heime persönlich besichtigt und war ziemlich beeindruckt von dem, was ich sah. Während des Krieges waren werdende Mütter aus anderen Nationen, die SS-Männer heirateten, ebenso willkommen wie Mütter aus ausgebombten Gebieten des Reiches. Die LB-Heime boten den Müttern eine gute medizinische Versorgung, Unterricht, gesundes Essen, Bewegung und einen sicheren Ort für die Entbindung. Sie konnten so lange bleiben, wie sie brauchten und erhielten auch Hilfe bei der Beschaffung einer Wohnung und von Lebensmitteln. Die Absicht war, die SS zu ermutigen, die Vorhut für die Wiederbevölkerung unserer Nation und unseres Genpools aufgrund der Verluste durch den Ersten und auch den aktuellen Krieg zu bilden. Gesunde, intelligente Kinder sind das, was jede Nation für ihre Existenz und ihren kulturellen Fortschritt benötigt. Unsere gesamte nationale Politik war auf dieses Ziel ausgerichtet und die LB-Heime sollten der Beginn eines starken Unterstützungssystems für die deutsche Mutter sein. Das Ahnenerbe war nichts anderes als eine Organisation, ähnlich einem Museum. Die Beteiligten widmeten sich dem Studium der germanischen Geschichte und der Geschichte unseres Volkes in Bezug auf unsere Ursprünge. Die Gelehrten des Ahnenerbes hatten die ganze Welt zu studieren, jede Idee und Theorie wurde untersucht. Die Rasse war ein Hauptschwerpunkt, die Erforschung unserer frühen Vorfahren und wo sie gewesen sind. Es gibt Teile der Welt, in denen große Städte und Bauwerke errichtet wurden, aber den Völkern scheint die Intelligenz für solche Unternehmungen zu fehlen. Jede Studie, die durchgeführt wurde, schien auf dasselbe Ergebnis hinzudeuten, nämlich dass sich eine höhere Rasse von Menschen in Gebieten der Welt niederließ, die nicht überlebten und dauerhafte Zeugnisse ihrer Kultur errichtete, die sie überdauerten. Ich möchte hinzufügen, dass ein Thema, das mich immer fasziniert hat, die Vorstellung ist, dass diese Menschen, die sich heute Juden nennen, keine wirklichen Errungenschaften haben. Sie sind ein Volk des Ostens, das geschickt gelernt hat, Völker zu manipulieren und ihnen ihren Reichtum und ihre Moral zu nehmen. Unsere christlichen Kirchen haben schon vor langer Zeit damit begonnen zu lehren, dass diese Menschen das Volk unserer Bibel sind, dass wir also unseren Glauben und unsere Kultur den Juden verdanken. Das ist Unsinn und etwas, wovor Martin Luther und andere uns warnten. Das Ahnenerbe zeigte auf Umwegen, dass das Gebiet von Palästina, Persien, Indien und Teile Nordafrikas Konzentrationen unseres Volkes waren. Unsere Vorfahren kolonisierten, wo immer sie sich niederließen und bauten große Dinge. Nur eine Rasse auf der Erde hat die Fähigkeit bewiesen, diese Dinge zu tun. Es wäre also nur logisch, dass, wenn Gott ein besonderes Volk geschaffen hat, um ein Licht für die Welt zu sein, es ein Volk sein würde, das die Fähigkeit hat, zu erforschen, zu heilen, zu erfinden und zu bauen. Kein anderes Volk hat all diese Eigenschaften gezeigt, mit einer Ausnahme und das auf einer so großen Bühne. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Gebiete der Welt, die heute von dunkelhäutigen Arabern bevölkert sind, in der Tat die Heimat unseres Volkes waren, bevor viele von ihnen nach Norden ins heutige Europa zogen. Hat Hitler das auch geglaubt? In gewisser Weise ja. In Europa hat man in der Regel immer geglaubt, die Bibel sei unser Buch und nur unser Buch. Sie gehörte keinem anderen Volk. Der Schöpfer gab jeder Rasse eine Möglichkeit, ihn zu ehren. Unsere Völker wurden in dieser Hinsicht zu selbstgefällig und begannen, unseren Glauben und unsere Überzeugungen mit anderen zu teilen, weil sie glaubten, dass die Bibel dies so wollte. Der Führer war katholisch und hielt es für eine Tatsache, dass Gottes Volk europäisch war und kein anderes. Der Jude war ein Betrüger, der unsere Identität stahl und sie zu seiner eigenen machte. Der Führer war religiös, deshalb trank und rauchte er nicht, und er glaubte, dass er vom Schöpfer gesandt war, um Deutschland zu heilen und unser Volk zu erziehen. Gab es jemanden in der Regierung, den sie nicht mochten? Das ist die Art von Frage, die irrelevant ist und mit der Journalisten gerne spielen, um uns als unorganisierte Idioten hinzustellen. Ich entscheide mich dafür, diese Frage nicht zu beantworten, denn in jeder Gesellschaft gibt es immer welche, mit denen man nicht auskommt, und NS-Deutschland war da keine Ausnahme. Es gab welche, die ich mochte, und welche, die ich nicht mochte, aber das hatte keinen Einfluss auf unsere Mission. Wir waren uns einig, uns nicht zu einigen, unsere Differenzen beiseite zu legen und auf den Endsieg hinzuarbeiten. Als der Krieg vorbei war, galt das natürlich nicht mehr, da jeder nur versuchte, sein Leben vor rachsüchtigen Feinden zu retten und oft die Wahrheit über diejenigen, mit denen er nicht einverstanden war, verzerrte. Wie ich höre, wird mir sogar vorgeworfen, den Alliierten Informationen zur Verfolgung von Kriegsverbrechern geliefert zu haben. Aber ich fürchte, das ist stark übertrieben. Ich habe den Amerikanern zwar viele Informationen geliefert, wie sie es verlangten, aber es ging darum, wer für was zuständig war und wer welches AMT innehatte. Was ist mit all den Erschießungen und Hinrichtungen, die wir in den Büchern sehen, das scheint die Behauptungen der Alliierten zu bestätigen. Man sagt, ein Bild spricht Bände, aber in diesem Fall gibt es mehr zu sehen, als das, was erzählt wird. Sie spielen zweifellos auf die Terroristen an, mit denen wir zu tun hatten. Es würde mich nicht wundern, wenn unsere Feinde eines Tages den ganzen Holocaust allein auf unseren Kampf mit den Partisanen schieben, denn es gibt viele Fälle, in denen wir Feuer mit Feuer bekämpfen mussten. An jeder Front hatten wir es mit Menschen zu tun, die aus politischen oder rassistischen Gründen gegen unser Volk vorgingen. In Italien zum Beispiel waren die Kommunisten in den nördlichen Gebieten sehr stark und führten einen grausamen Krieg. Sie kannten keine Gnade mit ihren Opfern und töteten jeden, der ihnen in die Quere kam oder sich weigerte, ihnen zu helfen. Alte Frauen und sogar Kinder konnten ihre Opfer sein, wenn es einem bestimmten Zweck diente. Mehr als einmal war ich wütend darüber, dass ich es mit diesen Kreaturen und ihrer Grausamkeit zu tun hatte. Das Einzige, was wir im Kampf gegen sie tun konnten, war, sie zu vernichten und von der Erde zu tilgen. Da wir auch keine Unschuldigen verletzen wollten, wurde diese Aufgabe sehr schwierig, da sie sich unter der Zivilbevölkerung versteckten und es schwer war, Freund und Feind zu unterscheiden. Die Fotos, die man von Hinrichtungen sieht, zeigen nicht die ganze Geschichte. In Italien zum Beispiel wurde eine kommunistische Terrorzelle gefasst, weil sie einen Bürgermeister und seine Familie angriff und tötete, weil sie glaubten, die Alliierten seien in der Nähe. Sie töteten den Bürgermeister, seine Frau und drei kleine Kinder. Anschließend überfielen sie ein RSI-Genesungsheim und töteten verwundete Soldaten. Als sie gestellt wurden, kämpften sie gegen unsere Truppen, töteten zwei von ihnen und ergaben sich dann. Sie erwarteten von uns, dass wir sie wie Soldaten behandelten, obwohl sie Zivilkleidung trugen und nicht dem Militär angehörten. Ich gab den Befehl, dass alle Terroristen gehängt werden sollten, wie es in Europa Tradition ist, mit Kriminellen umzugehen. Die Ermittlungen ergaben, dass ihre Familien sie in jeder Hinsicht unterstützt hatten und so wurden auch sie gehängt. Für einen Soldaten ist es schwer, so etwas zu tun und zu sehen, aber es war notwendig, um zu versuchen, diese Angriffe zu stoppen. Dieses Beispiel spielte sich in allen unseren Besatzungszonen ab. Diejenigen, die sich entschieden, uns als Zivilisten anzugreifen, wurden wie gewöhnliche Kriminelle behandelt, da ihre Taten feige und barbarisch waren. Es ist eine Schande, dass der Welt beigebracht wurde, diese Menschen heute als Helden zu sehen. Die wahren Helden sind ihre Opfer, die gefallen sind, ohne eine Chance auf einen fairen Kampf zu haben. Was ist Ihnen aus der Kampfzeit in Erinnerung geblieben? Ich war schon sehr früh Anhänger der NSDAP, wenn auch anfangs nicht immer in ihren Reihen. Deutschland befand sich ab 1919 im Chaos. Die Roten und andere kämpften um die Vorherrschaft. Das Friedenskorps kämpfte in Teilen des Reichs gleichzeitig gegen Polen, Rote und Anarchisten. Wenn der Führer zu sprechen begann, griffen diese Feinde, die behaupteten, sie stünden für Redefreiheit und Gleichheit, jeden an, der diesen Reden beiwohnte. Viele der ersten Unterstützer wurden in diesen Kämpfen verletzt, die zu dieser Zeit recht einseitig waren, da die Anzahl der Zuhörer, die den Führer hören wollten, sehr gering war. Als mehr einflussreiche Leute ihm Gehör schenkten und sich der Sache anschlossen, änderten sich die Dinge. Die SA wurde gegründet, um die Menschen auf diesen Versammlungen zu schützen. Die SS wurde gegründet, um die Redner zu schützen. Die Roten erwiesen sich als die Schlimmsten, wenn es darum ging, diese Versammlungen zu verhindern. Sie warfen Glasflaschen, Müllsäcke und menschliche Abfälle, sogar Ziegelsteine und Holz mit Nägeln. In einem Fall warfen sie Molotow-Cocktails, die Menschen schwer verbrannten. Als diese Angriffe zunahmen, wuchs auch die SA und begann, den Kampf gegen die Roten zu führen. Wenn diese versuchten, die Versammlungen zu unterbinden, wurden sie zurückgeschlagen und vertrieben. Obwohl die überwiegende Mehrheit die NSDAP gut hieß, war die deutsche Polizei machtlos. Ihre Führung war gezwungen, sich an die Weimarer Verordnungen zu halten. Oder im Fall von Bernhard Weiß waren sie Juden, die offen Gewalt gegen uns befürworteten. Als die NSDAP wuchs, kamen immer mehr ehemalige Soldaten in die Reihen und die Roten bekamen zeitweise ihre eigene Medizin zum Schlucken. Es gab die strikte Anweisung, unsere Feinde nicht zu verletzen oder zu töten, da die Presse sich sonst über uns hermachen würde. Als Beispiel für unsere Zurückhaltung erinnere ich mich an ein 1-Mai-Treffen, das von Ratten und Dackeln gestört wurde, was sehr unterhaltsam war, ohne dass es zu Gewalt kam. Die Roten waren sehr grausam zu allen, die nicht mit ihnen übereinstimmten. Sie griffen an und töteten sogar junge Burschen, die uns unterstützten, und wir waren machtlos, etwas dagegen zu tun. Nachdem wir den Sieg errungen hatten, wurden diejenigen, die nicht nach Moskau oder London flohen, endlich für diese abscheulichen Verbrechen vor Gericht gestellt. Was war Ihr Eindruck von Karl Maria Williguth? Er war, gelinde gesagt, ein sehr interessanter Mensch. Er hatte ein sehr tief verwurzeltes Interesse an der alten germanischen Religionsgeschichte, war aber keineswegs so finster, wie es heute dargestellt wird. Von klein auf beschäftigte er sich mit den Runen und ihrer Bedeutung für unsere Vorfahren und dass sie auch für uns heute gelten. Er war katholisch, aber er lehnte die korrupte Form ab, die die Kirche in unserer modernen Zeit angenommen hat. Für ihn gab es einen Schöpfer, der uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat, aber es war nicht der jüdische Gott der Bibel. Viele Deutsche gehörten Gesellschaften an, die unsere Vergangenheit erforschten, einige suchten nach anderen Gründen für unsere Existenz als die, die die Kirche lehrte. Er glaubte, dass die Erde vor langer Zeit von einer besonderen Rasse von Menschen bewohnt wurde, die den Alten Weisheit brachten, die ihnen einen Vorteil gegenüber anderen Völkern verschaffte. Sie verteilten sich über die ganze Erde und bauten große Zivilisationen auf, wurden aber durch Kriege ausgelöscht. Ich finde es interessant, dass jetzt einige Wissenschaftler glauben, dass dies geschehen sein könnte. Von Däniken hat mithilfe eines ehemaligen Parteigenossen ein Buch geschrieben, das ein Bestseller ist und in dem es um Besuche von Mächten auf dieser Erde geht, die weit größer sind als das, was wir kennen. Karl wäre daran sehr interessiert gewesen. Karl beeinflusste Reichsführer SS Himmler, antike Symbole für die SS zu verwenden. Die Idee war, die SS als Mittel zu nutzen, um unser Volk zu seinen Wurzeln zurückzuführen und die falschen Lehren der modernen Kirche zu brechen. Was glauben Sie, warum hat Deutschland den Krieg verloren? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich denke, wir waren nie auf den Krieg vorbereitet und immer in der Unterzahl. Wir haben also aufgrund der schieren Zahl verloren, so einfach ist das. Ich war einer Beratung im FHQ über Russland dabei. Unsere Generäle und die Abwehr gaben dem Führer falsche Zahlen für Russland, die uns veranlassten, bei der Eröffnung weniger Kräfte einzusetzen, als wir hätten tun sollen. Man ließ uns glauben, dass Stalin die Absicht hatte, das Reich und Europa anzugreifen. Also mobilisierten wir Kräfte, um dem entgegenzuwirken. Und es wurde beschlossen, dass wir zuerst angreifen würden, um ihnen zuvor zu kommen und sie hoffentlich schnell zu besiegen. Wir wurden darüber unterrichtet, dass Stalin seine Armee gesäubert hatte und seine Streitkräfte schwach und unorganisiert waren. Doch die schiere Zahl von 65 Millionen gegen 170 Millionen beunruhigte den Führer. Er war sich sicher, dass die deutsche Ausrüstung und Taktik den Sieg davontragen würden. Als die Invasion begann, waren wir erstaunt über die riesigen Mengen an Material, die in Polen und den baltischen Regionen erbeutet wurden. Unsere Befürchtungen, dass Stalin einen Angriff auf uns plante, wurden dadurch eher bestätigt. Die riesigen russischen Armeen konnten entkommen und sich immer weiter nach Osten zurückziehen. Und da wir die Luftüberlegenheit erlangten, besiegten wir die Massen, da sie in der Tat unorganisiert waren, wenn sie sich entschieden, gegen uns zu kämpfen. Das hielt nicht lange an, denn im Dezember 1941 schlugen sie uns zurück und zwangen unsere dünnen Kräfte zum Zurückweichen. Wir waren an jeder Front, an der wir kämpften, zahlenmäßig unterlegen. Und es war reines Glück und Entschlossenheit, dass wir Frankreich besiegten. Wir hatten wirklich keine Chance zu gewinnen und es fehlte uns an Generälen, die es aus Überzeugung versuchten. Wir hatten zwar einige sehr Gute wie Rommel und Dietrich, aber einige Generäle wollten das Gute leben, aber sie wollten nicht dafür kämpfen, also versuchten sie nicht einmal zu gewinnen. Wie Stauffenberg gezeigt hat, waren einige sogar dem Führer feindlich gesinnt und hatten kein Interesse daran, sich am Kampf zu beteiligen, sondern glaubten lieber der Propaganda, die die Alliierten täglich in unsere Richtung verbreiteten. Wir hatten viele Verräter unter uns, was ich bis heute nicht verstehen kann. Der NS-Staat wurde geboren, um seinen Bürgern ein großartiges Leben zu ermöglichen. Und der Führer brachte es auf den Punkt, als er sagte, ich möchte, dass man sagt, dass es besser ist, ein Straßenkehrer in diesem Reich zu sein, als ein König in einem fremden Land. Wir haben es irgendwie geschafft, viele Feinde gegen uns aufzubringen, indem wir uns gegen den Juden verteidigten und die Übel von Versailles rückgängig machten. Diese Feinde waren mächtig und zwangen uns in einen Krieg, von dem sie wussten, dass wir ihn nicht gewinnen konnten. Ich wusste, dass wir verlieren würden, als die USA zur Unterstützung Englands herangezogen wurden, und zwar bis zu dem Punkt, an dem sie genau die Gesetze brachen, die sie für andere gelten lassen wollten. Sie leisteten unseren Feinden Hilfe. Die Erklärung im Dezember 41 war nichts weiter als eine Formalität, die es uns schließlich ermöglichte, zurückzuschießen. Unsere tapferen Männer und Frauen haben sich wacker geschlagen und unseren Feinden sicherlich das eine oder andere Mal einen Schrecken eingejagt. Am Ende haben wir aufgrund der Zahlen verloren, wir konnten nie hoffen, auch nur die Produktionsmenge der USA allein zu erreichen. Unsere tapferen Soldaten waren in diesem Kampf sehr motiviert. Sie wussten, wofür sie kämpften und warum sie kämpfen mussten. Nach dem Krieg brachen die Alliierten diesen Soldaten jeglichen Stolz oder Zorn, sodass heute einige von ihnen wie gebrochene Männer sprechen, die froh sind, dass sie von den edlen Alliierten befreit wurden. Unser Volk wurde mit einem Bann belegt, der es glauben ließ, dass es in einer sehr geheimnisvollen, bösen und gottlosen Nation lebte, die jeden unterdrückte und jede Seele in Angst versetzte. Ich danke Ihnen, Herr General. Darf ich noch eine Frage dazu stellen, wie Ihrer Meinung nach die Welt im neuen Jahrtausend aussehen wird? Nun, Sie sind ein junger Mann und ich wünsche Ihnen, dass es für Sie gut sein wird, aber für die Menschheit bin ich mir da nicht so sicher. Wir Nationalsozialisten haben allen Völkern der Erde eine neue Art zu denken und zu leben gezeigt. Das Problem ist und war immer der Jude. Der Jude hat die Veranlagung, sich in ein Volk einzugraben und es dann zu schwächen, bis hin zu seiner Vernichtung. Ich sehe bereits, dass jüdische Namen bei Bankern, Leitern großer Unternehmen, Anwälten, Politikern und so weiter wieder vorherrschen. Mit diesem Trend werden Sie großen Reichtum und Macht über die westliche Welt erlangen. Moral und Christentum werden angegriffen. Frauen werden die primären Ziele sein, da sie die Gefäße der Fortpflanzung ihrer Völker sind. Sie werden die dunkleren Rassen einschleusen, um Europa zu verunreinigen, während sie schwache Politiker in der Hand haben, die solche Bestrebungen unterstützen. Wenn Europa sich nicht dazu aufraffen kann, dies zu erkennen und zu bekämpfen, dann wer weiß. Es wird bedeuten, dass wir zugeben müssen, dass die bösen Deutschen die ganze Zeit Recht hatten und dass Europa in einem gesamteuropäischen Bollwerk zusammenstehen muss. Wir hatten kein Recht, die anderen Völker auszuplündern und sie werden uns das nicht vergessen lassen, wenn man ihnen erlaubt, sich zu erheben. Sie werden alle europäischen Völker als ihre Feinde betrachten. Sie werden keinen Unterschied machen zwischen Engländern und Deutschen zum Beispiel. England und Frankreich haben am meisten zu verlieren, denn die Juden und ihre natürliche Gier haben ihnen im Ausland viele Feinde gemacht. Wenn dem Kommunismus nicht Einhalt geboten wird, wird er seine Macht nutzen, um auch Europa zu schwächen. Gute Zeichen kommen aus dem Ostblock, denn ich sehe, dass sich Risse im Vorhang bilden und der Nationalismus wieder zum Vorschein kommt. Ich glaube, wir waren ein Licht in der Dunkelheit, ein Heilmittel für die Krankheiten der Welt, eine Vorschau auf Gottes Willen und sein Reich. Das kommen wird. Das Leben in NS-Deutschland war so besonders und heilig, dass wir als ein geeintes Volk kämpften, bis wir nicht mehr konnten. Einmal gebrochen hatte der Feind ein leichtes Spiel mit uns und viele Feiglinge traten in die Lücke, um eine andere Sichtweise zu zeigen. Aber am Ende wird die Wahrheit immer einen Weg finden, sich zu offenbaren. Deshalb möchte ich glauben, dass der Nationalsozialismus der Welt gezeigt hat, dass ein Leben nach den Naturgesetzen der einzige Weg zu einer wirklich glücklichen und gesunden Gesellschaft ist, in der jeder auf den anderen achtet und der Staat das Gefäß des wahren Willens des Volkes ist. Es gab ein Gemälde, das im Haus der deutschen Kunst hing, das meine Ansichten auf den Punkt bringt. Es zeigt einen heiligen Berg, der in herrliches Licht gehüllt ist, mit dem Hakenkreuz auf seinem Gipfel als Symbol unseres Schöpfers. Millionen von Menschen strömen auf den Berg zu. Einige helfen verwundeten und gebrochenen Kameraden, damit sie gerichtet werden und ihre Bestimmung erhalten. Der Berg steht an diesem heiligen Tag siegreich über die Erde und alle Feinde sind beseitigt, sodass die Gerechten nun die Herrschaft über diese Schöpfung übernehmen und für immer in Frieden und Glück leben. Das ist mein Glaube, der eines Tages in Erfüllung gehen wird.